Ja, für den Enchantment-Table. Ah, ihr hau ab, Dennis! Ah, Tobi! So, dann würd ich sagen, wir verlassen mal hier diese Höhle, ne? Ja, ich hab am Anfang zwei, drei Monster gekillt und dann sitzen gar keine mehr. Das ist ein bisschen low gewesen. Aber dafür haben wir in dieser Mega-Aufnahme... Wie lange nehmen wir grad auf? Ich weiß das gar nicht. 2 Stunden 20. Ja, da haben wir in dieser Mega-Aufnahme haben wir jetzt... Alter, wie lange brauchen wir denn dann wieder nicht aufnehmen? Ja, mindestens zwei Wochen, oder? Ja, ja, mindestens. Aber wir haben... Die U-Bahn ist alleine schon mega weit jetzt. Warum laufen dem Tobi eigentlich alle hinterher? Das ist immer ein bisschen schade, das macht schon echt Bock, ey. Ja, aber in der Zeit kann man immer Ideen sammeln, ne? Ja, und wieder aufnehmen. Man kann ja immer im Voraus, das ist immer gut. Genau. Wenn ich mal den Syphilis operieren lassen muss oder so. Und wieder. So, ich hau dann mal ab, ne? Alter! Aua! Ey, sorry! Au! Die hinterlässt uns alleine hier. Ihr macht das schon, ne? Ich habe ja die Diamanten jetzt. Ah! Hör auf! Ja, hör auch auf! Ja, warte, ich mach doch gar nichts. Ja, Dobi, damit hast du nicht gehalten, ne? Wir verfolgen dich. Jagd den Vulk! Jagd den Vulk! Guck mal, ich guck mal, ich guck mal, ihr merkt euch den Rückweg. Geh doch mal weg. Oh, oh, warte mal. Boah! Alter, auf dich vorzudrängeln! Das ist ein Slime, Alter! Was ist denn hier hinter? Da hinten ist ein Slime, Tobi! Hier geht's weiter. Na, hier ist ein Slime, guck! Guck mal, hier gibt's auch noch einen Nebengang, aha! What the fuck? Guck mal! Der sieht ja geil aus! Das sieht doch richtig episch aus hier! Oh, krass! Hier waren wir noch nicht, ne? Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier! Ah, Creeper! Ich hab was hier gefunden, den Kinders. Oh, Skiletten! Ja, Tobi, du wolltest deine Mobs doch, Alter, hier sind sie! Ja, bei mir sind immer noch keine. Ich lock hier mit meiner, äh... mit meinen dicken Schollen hinein. Das kommt mit meinem dicken Zeh. Ein bisschen Parmesan-Käse für zwischendurch. Huh! Frameskip! Oh, ich hab noch Gold gefunden hier. Gold, 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 Gold! Gold ist gut, Gold nehm ich gern! Aber ich müsste bei Gelingert mal gucken, wie viel Platz ich auf meiner Platte noch habe. Das muss ich gleich mal machen. Dann sprach Abraham! Hallo! Alter, ich bin hier voll im Dunkel. Ne, wo bin ich? Es gibt Fackeln. Boah, hier ist ja alles. Oh, bei mir war grad so ein ganz komisches Quietsche. Ja, das nennt sich... Das ist ne Fledermaus wahrscheinlich. Da nennt sich... Ne, 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 so, so... So, so Musik! Ja, da nennt sich ein Semmeltost. Was? Ja, weiß ich auch nicht. Oh, 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 Gold, Tobi! Vier Blöcke! Geil! Hier! Ja, das war's hier. Hallo, hallo, hallo! Oh, ich bin Level, ich bin Level 15 gleich! Und ich hab keine Spitzhacke mehr. Okay, das hat's dann erledigt. Haha! Tobi, hast du noch ne Spitzhacke? Ne, ne? Ne, mein ist auch gleich kaputt. Also, wir sollten, wie gesagt, langsam mal den Rückweg jetzt antreten. Ei, ei, Kapitän! Bam! Steierbahn! Alter! Warte mal, wo wollte ich denn jetzt lang hier? Ich bin verwirrt. Oh, 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 wieso? Boah, das war jetzt grad, äh, ein Threesome. Geil! Tino, Spaß! Du hast ja alles noch mal sehen, alles. Ja, ja, das hab ich extra. Ich hab keinen Platz mehr. Ich würd' ja gerne mal sehen. Aber ich hab keine Spitzhacke mehr. Ihr habt doch alle Cobblestone und, und ne Werkbank dabei, oder? Nö. Ich hab keine Werkbank. Ja, hier, ich hab eine. Guck mal, da könnt ihr euch mal selbst einen Ofen bauen, Kohle reinlegen und das Eisen brennen. Bitte mal. Ach, komm, ich glaub, die jetzt hinterher. Wir machen jetzt Rattunggefägen. Dann nimm die Werkbank wieder mit. Wir laufen den, äh, dem Führer. Ah! Hier geht's aber nicht, hier geht's gar nicht hoch. Alter, guck mal auf der Map, wo wir sind. Naja. Ach, du Scheiße! Wir sind ja im Arsch der Welt. Wann musst du dich einmal nach oben buddeln? Ja, aber da, ne? Wär keine Spitzhacke mehr. Werden wir den Ausgang noch finden, Freunde? Nein! Das war in der nächsten Folge, nein! Euer Alex! Oh ja! Axel Furz! Ich könnte mich natürlich auch hochbuddeln, ihr teleportiert euch zu mir. Das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Das wär doch unerrenhaft. Nee, das machen wir jetzt. Ich könnte hier unten noch ein paar Rohstoff abbauen. Oh, aber ich hab keine Spitzhacke mehr! Oh, oh! Aua! Ich seh, ich seh jetzt dein scherpiges Gesicht! Hm, über euch ist auch noch ein Gang unerforscht, also... Loil, hier liegt noch Gold! What the fuck? Hab ich ja grad hingestellt! Alter, der stellt ja Gold hin und sie hochzustecken, der Idiot! Haha! Er war aus dem Seen! Dino, bist du? Ich tippe mich auf den Tobi! Nicht in mich rein teleportieren, bitte! Ich möchte aber! Dann haue ich dich! Nee, ich haue dich dann! Aber wieso denn? Na, ich möchte das nicht! Oua! Sag! Ja, ich hab gesagt, nicht zu mir teleportieren! Jetzt teleportier dich wieder zum Dino! Hallo! Ja, wir kommen hier nicht mehr raus, das wisst ihr, ne? Alter! Scheiße! Wir haben Platzangst! Nein! Ja, ich muss euch jetzt töten, du beleidig! Nein, warte, 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 warte! Warte, es findet sich doch eine Lösung! Ne, das geht nicht! Ich hab' gesagt, nicht zu mir teleportieren, Alter! Warte, wir brauchen erstmal Licht! Ich seh' gar nichts! Ich seh' immer nur Gesichter! Hahaha! Dino, ist mein Aua, du Fäller! Warte! Nein! Ich hätte beim Dienst freuen können, du Idiot! Ja, jetzt hat der voll meine Erfahrungspunkte abgesahnt! Tobi, dann sporn... Tobi, dann komm hierhin! Komm hierhin! Ja, sporn euch zu mir! Jetzt könnt ihr eure Sachen wiederholen! Oh, ich bin beim Haus, Jungs! Ich bin da, Tobi! Ich bin da, Tobi! Ich bin da, Tobi! Ach so, ja, auch gut! Das war jetzt Tobi! Das war jetzt Tobi! Ey, was für ein Penner, Alter! Ja, ich hab' gesagt, nicht zu mir teleportieren! Was macht ihr? Ihr seid wieder Sascha! Ihr besperrt euch immer über den Sascha, aber ihr macht das selbst genauso! Und wir sind doch immer bei den Tobi im Zimmer! Wieso bist du auf einmal jetzt so ein schwarzer Freiheitscamper, Alter? Oh Gott, wo ist das? Alter! Ich seh' bei mir immer nur gleich... Wie kann man in die externe Ansicht nochmal gehen? F5! F5! Ne, ich seh' bei mir immer noch... Ich bin bei mir weiß! Hä? Du hast bei mir ständig einen anderen Skin! Ja! Du bist der Skin der Nation, Alter! Er ist ein Japaner und jetzt bist du ein Afroamerikaner! Alter! Ja, wir haben gerade über GTA 4 gesprochen! Äh, GTA 5! Weißt du, ey, das ist so'n Testversuch! Oh Gott! Alter! Alter, mein Gesicht! Oh Gott! Ey, ich hab voll den bösen Ausdruck, ey! Oh, ich bin so am Heulen, ey! Ich hab voll den bösen Ausdruck! Ich möchte dich lieber nicht mit mir an! Ne, ne, ne! Ich hab' auf jeden Fall im Keller hab' ich so viel Koppel... Koppel... Koppelstones jetzt, äh... Da krabbel... Da krabbel ich mir einen mit! Alter! 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 Nein! Tobi! Tobi! Tobi, wo kommt... Wo kommt was Gedöns rein? Ja, hier hinten kommt Koppelstone rein! Hab' ich schon ein Schild hingemobbt! Wo denn? Ach, hier! Tobi, der sitzt da einfach nur... Tut seinen Kopf einfach russchütteln! Woran? Woran schüttelt der den? Keine Ahnung! Gibt's nur ne Verbindung mit Zelten... Nein, egal! Oh Gott, ey! Mit uns mitmachen muss! Die Folkverbindung! Ein organisiertes Verbrechen! Mit Donalds Ausraum gehen! Ey, legst du in den Sascha! Alter! Was einer Aufnahme! Der arbeitet bei der großen Krabbe! Der Burgeronkel! Wo kommt denn Gold rein? Die Öfen, wo ich gerade hier... Ich hab' hier schon Öfen befeuert gerade! Hier, Tobi! Muss mal gucken! Hier in dem zweiten Ofen von oben ist... Ist einfacher, wenn du's einfach selbst reintust! Aber das ist halt viel besser als ich! Achso, ja, okay! Sieht sexy aus! Ja, Tobi! Weiß ich! Tobi, ich kann dir auch... ...Lapis... ...Lazuli geben! Ich dachte, du sagst das ist Latex! Hier, Tobi! Hab' ich den geschmissen! Was kannst du denn damit... Ach, Wolle färben, ne? Was ist das denn? Was ist das denn? Alter, diese witzige... Kinder, ey! Guck dir mal diese... Diese... Lass die doch hier wohnen, komm! Guck mal die Kuhbabys an, Alter! Guck mal die Kuhbabys an, Alter! Voll den bösen Ausdruck! Lass die... Können die hier überleben? Ja! Dann lassen wir die jetzt nicht schmerzen! Tobi! Du bist schon einer, aber... Wir brauchen nicht mehr! So! Ja! Ich denk mal, wir sind jetzt fertig für heute mit der Aufnahme, oder? Aber warte, ich will der... Geh bitte aus meinem Zimmer! Ich will der Kuh nochmal Büffel zeigen! Geh bitte! Aber Tobi, ich dachte aber, wir sind Freunde! Geh bitte! Ich hab' den Lüftungsschacht gebaut, Tobi! Alter, wo bin ich? Alter! Ey, das... Das hab' ich gesehen, mein Freund! Was war's an... Boah, was hast du denn da drin, Alter? Ey, Leute, hier war grad ein Creeper! What? Ey, wie komm ich denn wieder raus? Oh mein Gott, dann ist... Wir haben ein Loch im Haus! Ja, Dennis hat das zugebaut! Sowieso, ey! Lass das aber niemandem weiter sagen, Dean! Das ist, äh... Weil Dennis immer so oft stirbt! Ey, hallo, der Creeper hat ein Loch bei uns im Haus gemacht! Wo? Hier oben! Guck mal! Alter! Tobi! Scheiße! Tobi, ich kann mein Haus von hier sehen! Was? Was ist passiert? Ich repariere das mal! Ich kann mein Haus von hier sehen! Alter! Wir haben ein Loch im Haus! Hier draußen! Hallo, Kuckuck! Warum habt ihr denn? Was habt ihr denn gemacht? Ich drehe mich um! Da oben stand ein Creeper auf mir! Der hat nur zu mir eine Sache gesagt! Und zwar... Meins! Ja, ich hab jetzt kein Holz dabei! Aber... Aber es zieht! Ich hab das Loch im Haus zugemacht! Außer das oben! Da hab ich auch... Ich hab keinen Sandstand dabei gerade! Glaub ich welchen? Ich hatte doch... Nee! Scheiße! Hast du noch Sand? Ich geh mal im Keller gucken, ob da welcher ist! Das ist eigentlich ganz praktisch, das Loch, ne? Doch! Aber durchlaufen! Achso! Du magst Löcher, ne? Alter! Diese Scha... Äh... Diese Kuh... Äh... Äh... Kühe hier, ne? Die... Ja, ist ja fast das Gleiche! Geben beide Milch! Geben wir voll auf den Sack! Pssst! Pssst! Nichts sagen! Nichts gut! Was ist nichts? Vergewaltigt mich! Nur du und ich wissen davon! Jo! Und die Zuschauer! Ja, genau! Ich glaub... Dieses Let's Player hat keine Zuschauer mehr! Ne, glaub ich auch nicht! Ne, Tobi, ich finde nichts! Wir haben nichts! Wir haben... Wir haben doch noch Sand oder... Ja, Sand haben wir aber! Keinen Sandstein! Ja, den... Uah, Hilfe! Eine Kuh! Läuchte den Sandstein... ...das Sand hochbringen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, ich komm! Die Ecke auf einmal kommt die Kuh in die Ecke! Guck mich genau an! Komm jetzt mal hier auf! Wir haben, glaub ich, kein Tropenholz mehr! Ach, kein... Kein normales Holz mehr! Das müssen wir nicht mal sammeln! Ja! Wartig! Oder? Haben wir hier... Ah doch, warte mal! Hier ist noch acht Stück! Das müsste genau reichen! Ach, ich hab glaub ich nicht da auf die Tür stehen! Mein Schatz! Alter! Voll der Chor hier! Muuu! Guck mal, guck mal um die Ecke, Dennis! Warte, warte! Wir nehmen uns langsam um die Ecke! Oh, das ist nicht das gleiche heute zusammen! Ey, Tobi, was hast du hier gemacht? Was? Ich hab nichts gemacht? Ich wollte die Kuh-Family-Maus! Ja, die vermehren sich immer automatisch! Ja, das ist kein Vermehr, das ist nur Orgi haben die hier gefeiert! Ja, klar! Das ist ja die ganze Dingsmocker voll! Die ganze Halle! Alter! Ey, wenn wir jetzt das nächste Mal... Eine Kuh hier hinsetzen! Zwei Kühe hier hinsetzen! Alter, wir die rennen! Die die rennen, Mann! Wenn wir die nächste Mal zwei Kühe hinsetzen und wir gehen die U-Bahn weiter bauen... Ey, hier sind schon wieder welche! Alter! Ja, die hab ich jetzt nicht gespawnt, aber die anderen in dem Gang hab ich gespawnt! Alter! Ich hab ja gesagt, wir müssen das Essensproblem eindämmen! Weißt du, wie das aussieht? Es kommt immer mehr! Wie ne asiatische Bokakke-Party, ey! Bokakke! Ey, manche müssen Läuse aus der Bude kriegen, wir müssen Kühe hier rausgehen! Boah! Damit steh ich schon mal nach! Du hast Läuse in deiner Bude? Ja, ja, klar! Meine Bude mach ich meine Arschrinne mit! Äh... Wo ist denn Arschrinne? Tobi, mach mal fertig jetzt hier! Ja, was denn? Ich kann das nicht zubauen, ich hab kein Holz mehr dafür! Ja, ich bin jetzt... Ich bin dafür, dass wir jetzt mit diesen wunderschönen Eindrücken diese wunderschöne Aufnahme hier beenden! Ja, dein Hund liebt mich, Mann! Ich hab den Steak gegeben und jetzt kommt er mich die ganze Zeit an! Und dein Herz um sein Kopf! Ich hör grad so Musik, so... Wie der ist... Ich spawn hier auch mal ein paar Fackeln drinnen! Nicht, dass hier irgendwann nochmal... ein Creepermann spawnt! Tobi, komm her! Ja! Mh... Oh! Ja! Oh! Alter, was ist mit der? Ich würd's gar nicht wissen! Guck weg! Ja, guck weg! Warte, ich mach mit! Leg dich nochmal hin! Leg dich nochmal hin! Du hast viel größeren Pedis als wir, du bist schwarz! Ja, was? Da werd ich neidisch, da geh ich nur nach zurück! Das ist keine Fackel in der Hand, Mann! Das ist keine Fackel! Warte mal, leg dich mal hin mit der Fackel! Ich würd mal sehen, wie das aussieht! Oh, warte, warte! Oh! 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 Entschuldigung! Leg dich mal hin mit der Fackel! Ich hab keine A, warte! Oh! Sieht aus wie der Jack wie mit dem Lolli! Oh! Oh! Tobi, geh mal bitte! Hast du Sand? Äh... Ich... Ne, Sand hab ich leider nicht! Aber ich hab vier Kies! Vier Kies hab ich! Aua! Schau dich grad mit Rotkohl oder was? Dann ist... Geh nochmal ins Bett! Schlafmaske! The fuck, Alter! Guck mal! Ja, da kannst du schlafen drin, ja! Alter! Warte, leg dich nochmal hin, leg dich nochmal hin, bitte! Ich will nicht gesehen werden! Ach, du leg dich da unten blieb, blieb liegen! Alter! Wolles Grab, Alter! Den wird der Ruhmer hier! Oh Gott, ey, nein! Das ist halt, ich mach da noch so! Ich mach da noch so! Das ist die in sein Zimmer übrigens! Ja! Guck mal mit, Tobi, guck mal mit! Die bleibt mal kurz da! Guck mal mit, Tobi! Alter! Der sitzt in der Grabstätte! Alter, leg dich nicht! Mach das dann auf! Ey, mach auf, das bringt eh nix, weil... Er kommt doch jetzt eh raus! Wie der aus sieht, Alter! Wie so ein Britte, ey! Mach das jetzt weg dir, komm! Oh, ey! Naja! Dann ist doch das Gold in deiner Kiste! Ey, lass es da auch da! Nix klauen! Das ist unfair! Lass noch reingeguckt! Lass noch reingeguckt! Lass noch reingeguckt! Lass noch reingeguckt! Der Brot hat er da auch noch! Und er sagt immer, er hat nix zu essen! Ey, nix klauen! Das ist unfair! Aus dem Fenster! Nein! Warte, ich hau ab! Ey, was hab ich da... Ich bin weg! Ey, die Einbrücher waren da! Ey, f***! Die Einbrücher waren da! Ey, ihr habt mir doch nix gekla... Ey, ey, ihr habt mir... Ne, das ist ja der... das ist ja der Sparster drauf! Was ist denn der Sparster drauf? Aus dem Fenster! Ich seh... Warte, ich bringe dir wieder zwei Glas... Ich bin der Wals! Ihr habt mir einfach mein Fenster kaputt gemacht, hallo? Ja, warte, ich hol dir... ich hol dir wieder zwei Glas... Oh Gott! Hier ist was los, ey! Tobi, wo bist du denn mit da? Ich geh dir Glas holen! Ähm... Da! Fensterscheiben waren das, ja? Geh ihr zum Stütten! Mutwillig! Mutwillig! Wie fänd's das? Kein Glas repariert! Kein Glas baut auf! Oder auf! Ich weiß nicht! Ja! Ich bin dafür, dass wir die Aufnahme jetzt hier mal beenden. War super lustig heute. Alter, was macht ihr hier? Ich glaub meine... meine Festplatte neigt sich langsam dem Ende zu. Ja, ich glaub auch. Das sieht aus wie... Guck mal wie so ein... wie so ein äh... Finger, der nach vorne zeigt! Was? Sie müsste nach links! Naja... Ja gut Tobi, äh... Was war dein... dein persönliches Highlight in dieser Mega-Aufnahme? Du als schwarzer Friedenskämpfer. Ja, ich muss mir das unbedingt mal bei dir ansehen. Ich weiß ja gar nicht... Ja, das sieht ziemlich lustig aus. Zieh deine Maske noch mal aus. Wie bitte? Warte, dann mach ich mal nen Screenshot von. Ne, so war das und dann... Schöne euch mal so hin, ja? Protobomb! Ja, das... das Walkit und äh... von Percy, so. Ne... Oh, guck mal hier ist... hier ist... Sonne! Ah! Oh! Aua! Ich sag dir mal, bis zur nächsten Aufnahme. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft. Ich glaube, das waren jetzt gefühlte 10 Folgen, die wir aufgenommen haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wir waren in der Höhle. Wir waren... haben die U-Bahn ausgebaut. Und ähm... Die Einbrecher von Percy war bei mir da und hat geklaut. Ähm... ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Freunde! Adieu! Tschüss! Alter! Tschüss! Alter, der Hund!